Hier ist der Traunstorl. Ja, das ist einfach so schön. Es ist so schön. Ich bin so dankbar für diese Gegend, für diese Naturidylle, für dieses Paradies, in dem wir da leben dürfen. Und darum freut es mich irgendwie auch ganz, ganz besonders, dass wir diesen Ort hier im Mühviertler Hochland auch für Gäste gestalten dürfen. Dass wir den, das Platzel, das so eine besondere Kraft hat und so einen unglaublichen Wohnentschleunigungsfaktor inmitten von Natur pur, dass wir das irgendwie euch zur Verfügung stellen dürfen. Und wir sind ja gesegnet mit vier Jahreszeiten. Und wisst ihr was? Ganz besonders, jetzt kommt eigentlich eine meiner absoluten Lieblingsjahreszeiten. Indien-Summer, wenn sie das goldene Licht mit diesen Grüntönen, mit sämtlichen Herbsttönen, mit den Rot-Braun-Gelb-Schattierungen, dann das Hügelige, wenn man da irgendwie mit dem Radl oder zu Fuß die Gegend erkundet, es ist wirklich ein Traum. Ich freue mich, jetzt kommt der Herbst und den soll er es nicht verpassen. Herbst, Indien-Summer, die unaufgeregte Entschleunigung inmitten der Turtur im Bergegut.